hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel someone's war sky arena ich starte mal das spiel das sind wir auch schon und ja ich mache hier gerade ein download ok das was wird es gerade runtergeladen oder wie oder was einmal gratis name ändern na brauche ich nicht wo sind die Queste was müssen wir heute machen eine Fee Monster und das ist eine Fee und jetzt habe ich noch eine rote Fee bekommen das war eine Amazon Amazon achja das sind alles Monster hier sind sie das heißt wenn ich die Mission hier unten alle fertig habe dann habe ich den da oben fertig ok 3 Monster aufwerten 3 Monster meine Sammlung das 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 Danach gehen wir auf, das hier da ist aber bestimmt. Ah, ok, ja, hier gehen wir in der ersten Runde rein, erster Kampf. Nun mal in, aber auch da muss die Runde sein, und dann der Kampf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, man war doch vollbildbar hier. So. Neun, zwanzig brauche ich. Jetzt kommt Nummer 12. Das ging mir so schnell, deswegen geht es jetzt weiter. Die Mumie ist jetzt dran mit den beiden. Das ging mir so schnell. Und das war jetzt die 15. Dann ist das jetzt die 18. Das ging mir so schnell. Das ging mir so schnell. Und 21. Das ging mir so schnell. Das ging mir so schnell. Oh, fast down. Oh, 1341. Ein bisschen viel. Ein bisschen. Okay. Yeah. Okay. 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 So, let's move it. Ok, hier muss ich zwei äh drei Monster, warte dreimal Monster auf, wer drei Monster oder nur ein Monster? Den kann ich benutzen, gravieren und gravieren und gravieren und gravieren. Kuck. Okey. Oh. Kuck. 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 Das war's für heute. Hmm. Ja. 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 Wie ging das mit den Aufleveln? Ja. Ja. So war das aufwärts. Hm. Hm. Level 1 und Level 1 und Level 15. Ja. 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 3-3-3-3-3. Das mit die 3 kann ich nicht kämpfen, das weiß ich. Die sind nur zum Aufleveln für andere gedacht. Das sind hier zwei Sterne. Ich habe blau, rot und lila. Das ist ein gelber glaube ich, keine Ahnung. 17, 14, 14, auch lila. Ja. Ja. Du hast sie nicht. Ja. 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 Aber ich finde es gut. Okay. Einer, noch zwei. Aufwerten. Ja, das kommt einfach weg in die Nähe. Okay. Dankeschön. Ich schwöre drei Monster. Okay. Ach ja. Da, 99 habe ich und 75 brauche ich. Also, einmal beschwörend. Boah, vier Sterne. Beschwören. Und da brauche ich 10. 2,50. Oh. Okay. Die Quest ist auffällig. Dann haben wir jetzt den Nächsten. Hättet rein Urlaub. Monster. Oh. 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 Ja. atz SHU. Oh. 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 Das war's. Okay, warte mal. Wollen wir die auch noch mal auf grün? Super. Und jetzt haben wir schicke fünfmal einen Freund. Okay. Also müssen wir kämpfen und fünfmal mit einem Freund kämpfen. Kampf. Warte mal, hat der mit die vier Sterne? Ach, der ist kein Lieder. Ah, dann noch einen anderen Lieder. Okay. Okay. Ah. Machen wir es so. Kampf. Aufhol. Das war Kampf Nummer eins. Oh, Mist. Ich könnte mit denen nur einmal kämpfen. Das ist aber doof. Wirklich. Oh, that ist aber. Okay. 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 Ich bin jetzt noch ein Tüterer. Wie viele Freunde darf ich haben? Da ist ein Bild. Da ist ein Bild. 314? Boah. Ach, da ist nur der Name. Level 6. Ich glaube, das müsste erstmal reichen. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Herausforderung. Das habe ich gerade gemacht. So, das habe ich noch nicht gemacht. Dann gehen wir erstmal hier. Arena. 3-Kämpfe in Arena. Oh, in Kampf war die Arena. Da oben. KMP Nummer 1. 기 göstere. play. home game games 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Heute eine Kampfkraft von 927 und ich, achso, das sind die Punkte, das ist gar nicht meine Kampfstärke, das sind nur die Punkte. Das kann ich danach gar nicht gehen. Okay. Ich habe verstanden. Okay. Boah. Boah. Ah ja, fehlgeschlagen. 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 oder genau ich kann jetzt nicht weitermachen ich muss jetzt warten bis die leute die freundschaft ich freue mich dem schnell an aber naja ist ja auch egal gut 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 dann würde ich mal sagen das war es für heute spiel beenden jawohl landing quest nicht fertig gekriegt weil ich keine freunde habe ich habe keine freunde dass wir ganz schön und auf wiedersehen